Eurek, willkommen in der KTM Crossbow Battle, in der KTM Rookies Challenge. Du hast einen sehr langen Weg, hier zu Pannon-Hering. Ja, ich bin aus Austin und es war ein langer Flugzeug und ich habe ein bisschen Zeit in Budapest und jetzt hier in der Pannon-Hering. Es ist ein ziemlich interessanter Circuit, der Challenge in der Serie ist wirklich großartig, es ist gut zusammengefasst, es ist viel Spaß, es ist kompetitiv, die Fahrer sind schnell und konsistente und es ist ein sehr interessanter Weekend für mich, für sicher. Wir können also eine andere Nation in unserer Nation-Kollektion in der KTM Rookies Challenge, du bist aus Kanada, ist das, was du? Ja, ich denke, ich habe eine License aus ASN Kanada, also würde ich fahren für Kanada, obwohl ich in den USA leben würde. So, um, und du, wir haben zu erklären, ein bisschen, du arbeitest an COTA, Circuit of the Americas, und du hast auch den ersten Crossbow, das ist wahr? Ja, so, wir hatten den Privileg zu bekommen, den ersten Offiziell-Importen Crossbow in Amerika, auf der Circuit of the Americas. Und wir waren froh, dass es unseren Fans und unseren Gästen für unseren ersten MotoGP Weekend, dieses Jahr. So, KTM, zurück in MotoGP. Das war einfach eine große Chance, um den Crossbow zu den Race-Fans an COTA. Und wir haben von Kunden, Kunden, Kunden und Race-Fans, um zu erleben, was die KTM ist auf der Straße. Das klingt absolut großartig. Jetzt hast du die KTM als ein Fahrradfahrer, für dich selbst. Du bist schon in Indy Lights unterwegs, ist das, richtig? So, du hast viel Erfahrung in den Fahrradfahrern. So, was ist deine Impression von der Rookies Challenge? Es ist ein sehr guter Series, ehrlich gesagt. Es ist competitiv, die Fahrräder sind fast, fast, reliable und wirklich, für dich, dass du ein paar Tenten aus dem Fahrradfahrer musst, du musst wirklich als ein Fahrradfahrer musst. Es ist eine pure Fahrradfahrer, keine Elektronik, keine Gizmo. Es ist wirklich nur über die Fahrräder, deine Fähigkeiten. Und du musst einfach sein, keine Erwartungen machen, und du hast eine großartige Fahrradfahrer. So, es ist absolut eine großartige, lustige Series. Und für sicherlich, es ist eine meiner sehr favoriten Series, die ich in raced habe. Danke, das klingt gut. Wir hoffen, dass wir die Series in den USA sehr bald haben. Danke. Wir arbeiten wirklich hart daran, und ich denke, dass viele Leute, die ein Rookies Challenge und eine Crossbow-Serie in den USA warten, und ich denke, es wird ziemlich erfolgreich sein.